Ja, grünt sie mit am Abend. Na, ich bin's, euer Helmut aus Berlin. Ja, ich habe mich mitgeschmuggelt mit den anderen Bubis. Na ja, ich sehe halt ein bisschen anders aus, aber ich wollte mal wissen, was ist das eigentlich? Der Prozess. Kafka. Na, schauen wir doch mal rein. Batz ab. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war's auch schon wieder. Erste Impression. Seien Sie auch wieder mit dabei, wenn es heißt, Helmut im Prozess. Also ich, ich freue mich. Ciao.